Jeder Soldat braucht seine Waffe. Er muss flexibel sein. In jedem Moment Herr der Lage. Batman hat seinen Batarang. Cap hat sein Schild. Pooh hat sein Ferkel. Und ich habe meinen Awesome Schirm, von dem ihr bis eben dachtet, er wäre ein Schwert. Ha, verarscht. Aber nützlich ist er trotzdem, ob bei Regen- oder Blutspritzern in einem Gemetzel oder beim Gruppentreffen im Pfadfinderheim. Ich bin auf alles vorbereitet.